Direkt reingegangen, noch zwei Drehs. Komm, gib Käfer. Hu, gu, 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 gu. Untertitelung des ZDF, 2020 FERGUSTO WDR. Musik 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 Ich werde eine Woche nicht zocken Total erkältet, volle Maimer. Heute muss ich mal wieder raus. Nach einer Woche Bodenkoller. Kein Bock mehr. Naja. Wieder reingangt, vier Bücher. Mal gerade in der Kasse Klanggeld holen, jetzt hätte ich noch 6 Cent gestillt, weil der Geier hier wieder runtergelaufen ist. Na, ich würde ja nicht schliessen. Jetzt kommen noch die 10 Cent. Naja. Wir müssen eigentlich eine Verlänger herausklocken. Das Lied. Das Lied. Das Lied von Neuern. Das Liedsbring. Naja. Dix. um nukleier Verlängerung. Die Stadt gehöre bevor man eh war. Komm jetzt, Holle. Als ob es ein Käfer oder was. Oh, gut. Oh, man. Erst mal ein Dreier-Kleider, oder was? Ich glaube, da kommt noch eine Verlängerung. Ich glaube, da kommt noch eine Verlängerung. Ich glaube, da kommt noch eine Verlängerung, wo ich mich nicht erwarte. Ich bin der Unternehmer der Welt. Ich bin der Klingel von der Valle. Ich bin der Klingel von der Klingel von der Klingel von der Valle. Sehr gut gewesen. Weiber-Technik ist eine total lahme Nummer hier. Die Bahn macht übrigens mal andere. Ja, mein Gott. 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 Ich habe das letzte Spiel rumgegeiert, aber gut. Bezahlt. Jetzt war es richtig spät, aber wieder drin. Das waren letztes Mal die Geräte, die hier Todläufer gemacht haben. Deswegen wollte ich das noch mal spielen hier. Und nochmal für die neuen Abonnenten oder für die Abonnenten, die immer wieder fragen, ey Mann, hier bist du jeden Tag in der Spielhalle? Nein, bin ich nicht. Wie gesagt, ich war jetzt auch eine Woche nicht in der Halle. Und ähm, ja. Guter Anfang. Guter Anfang. Guter Anfang. Guter Anfang. Guter Anfang. Guter Anfang. Das ist am Umgleich an ihr. Musik 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 Naja, hier geht's noch, jetzt sind wir da gegangen. Ja, genau. Liebentier. Ich sage jetzt, deswegen bin ich nochmal in die Kisten gegangen durch den Todläufer letztes Mal. Wo ist die Zimbuljot? Jetzt wird die Zimbuljot. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja Leute, ich lasse mich hier weiterlaufen. Ich bin momentan ein bisschen am Fressen. Dann mache ich mal einen neuen Part. Dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Es hat viel Spaß mit dem Video, Leute. Abonnieren nicht vergessen. Das war's. Das war's. Das war's.